Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hatte kurz vor Weihnachten 178 Berufungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Sozialkommissionen zu unterschreiben und dann haben die für die 178 Berufungen auch noch Verfügungen, also eine Kopie für die Akte gemacht, die ohne alle abgezeichnet haben. Seitdem ich zu Hause war und am nächsten Tag die Zeit umgekriegt habe, ich habe hier was gekriegt. Ich habe hier was gekriegt. Ich habe hier was gekriegt. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020